Ich glaube an das Pferd, das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung. Dass das anders kam, davon konnten wir uns glücklicherweise jetzt alle verzeugen. Ein PS. Damit probiert ihr das Pferd. Vielen Dank fürs Pferd. Ein großer Applaus. Danke schön für die Eröffnung. Und jetzt gibt's uns. Sie hören es schon. Der Svenskatentmotorwagen. Warum eine Einfahrtentmotorwagen? Das ist genau Faszination. Was für ein Sound. Der Svenskatentmotorwagen. Aber das war ein crying, utilizar kein Ring. Der Svenskatentmotorwagen, derizza Bücher. Das das Heroin Ich würde mich am liebsten in den C111 reinsetzen zu Roland Asch. Herr Asch, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Eine echte Rennfahrerlegende. Sie fühlen es an alle, die dafür bereit sind. Und jetzt kommt er, der rote Riesel, der Radel SEL 6.8 AMG, da ist er. Ein absolut fantastisches Fahrzeug.